Marzialische Posen von Gangsterrapper Khatah. Als krimineller, kompromissloser Ghetto-Star inszeniert er sich am liebsten. Das kommt an bei Kindern und Jugendlichen. Gingen ja alle auf YouTube und klicken den an und jetzt laufen alle mit seinen Liedern auf dem Handy. Millionenfach wurden Khatahs Clips aus dem Internet heruntergeladen. Ihr Inhalt, Machokult, Gangsterpropaganda und die Gewalt der Straße. Der Web davon, was die meisten hier durchmachen mussten und auch durchgemacht haben, also noch durchmachen. Khatah, der hier am Bonner Stadtrand groß geworden ist, gilt für die Polizei seit kurzem auch real als Schwerverbrecher. Im Frühjahr 2010 suchen Zielfahnder weltweit nach ihm. Er soll einen Goldtransporter überfallen haben. Die Beute 1,8 Millionen Euro. Was mit dem Transporter, 1,8 Millionen Euro, das hat jetzt alles getoppt. Das ist jetzt Staatsfeind Nummer 1 für mich. In dieser tristen Seitenstraße hat Khatah gelebt. Von hier aus startete er sein Leben als Gangsterrap-Berühmtheit. Manch einer hatte ihm irgendwelche Nebengeschäfte zugetraut. Aber einen Millionenraub? Keine Ahnung. Hier oben, großer Werk, wo genau weiß man nicht. Okay. Und wie sehen Sie das, dass er jetzt so auf der Flucht ist und dass er 1,8 Millionen geraubt haben soll? Das ist natürlich krass. Ich war selber auch geschopft, wenn ich das gehört habe. Ja? Ja, klar. Hätten Sie nicht für möglich gehalten? In dem Ausmaß nicht. Ja, das ist so. Aber ich muss jetzt auch wieder weiter. Okay, tschüss. Tschüss. Am Hauptplatz des Stadtteils, Treffpunkt der Fans von Khatah am Brüserberg. Gerade erst haben sie von dem Überfall und von Khatahs Flucht gehört. Jeder, der hier auf dem Brüserberg wohnt, denke ich, der ist auf seiner Seite. Der ist ja hier groß geworden und der hat auch viele andere Leute hier geholfen. Deswegen denke ich ja schon, dass sie den enorm drücken. Ja, klar. Ja? Ja, klar. Warum? Warum? Also viele denken, dass er ein Verbrecher ist, aber der hat auch andere Seiten. Einige Wochen später. Die gleichen Jugendlichen auf dem Hauptplatz. Ihr Star ist immer noch nicht gefasst. Das Viertel war jahrelang nicht nur die Heimat von Khatah, sondern auch der sogenannten Brüserberg-Assis. Bonds schlimmster Schlägergang, die hier unter Führung von Khatah und Co. das Klima wesentlich prägte. Geschäftsleute leiden darunter und klagen. Das meiste war natürlich jetzt mehr das Zerstören. War aber wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass hier was passiert ist. Nee, es passiert so was sehr viel. Also die Leute fangen hier an, gehen da rüber und dann geht es wieder von vorne los. Wie? Mit dem Einbrechen. Das geht rein um. Der Einbruch geht hier rein um, von Geschäft zu Geschäft? Jawohl. Auch einen Pistolenüberfall gab es hier vor kurzem. Ich wollte, ich habe alles weggeräumt und dann kamen zwei Jungs, sage ich jetzt mal. Einer ist draußen geblieben, einer drin, hat mir die Pistole hier und hat gesagt, Kasse auf. Da sind wir hinter die Theke und da hat mir die Pistole so weh getan. Da habe ich den weggeschubst. Und irgendwo kam vielleicht jemand und dann sind die weggelaufen. In Chicago am Briseberg. Klein Chicago? Ja. Ich meine mit dem Benehmen hier. Ja, ist das so schlimm geworden? Ja. Also es ist nicht besser geworden in den letzten Jahren? Gerade umgekehrt. Lässt sich das irgendwie stoppen? Kann man da nicht was machen mit Polizei oder Jugendamt? Früher haben wir da Polizei gehabt, war da eine Wache hier im Haus Nummer 9. Dann haben sie das wieder abgeschafft. Jetzt ist da überhaupt nichts. Also mindestens 20.000 Einwohner, was für sich. Weniger nicht. Aber Polizei sieht man selten hier. Der Hauptplatz am Nachmittag. Einige wollen hier nur die Zeit totschlagen und Leute provozieren. Andere verschieben kleine oder große Mengen Drogen und demonstrieren Unterweltpower. Die bürgerlichen Anwohner sind verzweifelt. Einige versuchen die Probleme zu ignorieren. Andere leben in Angst. Wer hat denn hier wirklich Einfluss in diesem Viertel? Wer bestimmt denn hier darüber, dass man nicht offen sprechen kann? Auch Sie wollen ja jetzt verdeckt bleiben. Ja. Das sind hauptsächlich die Jugendlichen. Also die, ob es jetzt egal, die Kräftigeren, also die Stärkeren halt, die im Lautesten sind, die haben mir das sagen. Gibt es denn keine Erwachsenen, die sich dann dagegen stellen? Nee, da hat man keine Chance. Wir kennen die Leute ja hier oben. Ich würde dann namentlich als nächstes eine Anzeige machen, der und der und der und ich werde jetzt bedroht. Also ich finde, wir sollten den Mund aufmachen. Ja, da hinten ist zum Beispiel, sind so Leute, die da hinten stehen, sind die so und die haben mir das Sagen. Ja, das ist ein Teil davon, ja. Und ich finde es genau verkehrt. Gut, jetzt haben wir hier oben sehr viele Senioren, besonders die Seite hier. Und logisch, dass die sich nicht trauen, aber ich habe schon in schlimmeren Ghettos gewohnt. Und es nimmt halt überall die Form an, dass der eigentliche Bürger, der hier hingehört, sich nicht mehr traut. Und das finde ich verkehrt, das finde ich voll verkehrt. Am Hauptplatz des Stadtteils will eine Jugendklicke uns mit erwachsenen Freunden des flüchtigen Khatar bekannt machen. Sie glauben, die Männer drüben hätten gewiss nichts gegen Medien einzuwenden. Schließlich habe Khatar doch selbst jede Möglichkeit zum Medienauftritt genutzt. Aber es kommt anders als erwartet. Die wollen das nicht. Die wollen nicht mit uns reden. Und was meinst du, warum nicht? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Die haben so direkt so, ja, wir kennen den nicht und alles. Ich meine, die wollen dann so was, was ist daheim halt einfach. Während auf den Handys der Kinder wieder mal Khatar-Musik läuft, kommt einer der Männer auf uns zu. Wir sollen gefälligst woanders drehen. Wir drehen über Khatar. Warum über Khatar? Der hat doch hier gewohnt, oder? Ja, okay, aber die Kinder haben die Kamera nicht die Gasse dahin und zeigen. Wir drehen doch hier auf den Jungs. Ja, okay, dann stellt euch da hin. Ja, okay. Auch die Jugendlichenklicke ist eingeschüchtert. Sie hatten wohl vergessen, wer hier die Regeln macht. Die Jungs haben aber viel zu sagen, ne? Die wollen nicht, das ist ja nicht so. Ihr redet nicht. Bitte? Was hat er gesagt? Ihr redet nicht, ne? Nein, nein, die haben nichts getan. Die wollen nur nicht gefilmt werden. Ach so. Wir folgen den Jungs noch ein paar Schritte. Und treffen den irakischen Vater eines Jungen. Auch er ist besorgt über den Einfluss bestimmter Männer auf der Straße. Polizei und Behörden hätten versagt. Macht die Polizei zu wenig? Ich meine, ja, das Gesetz ist schuld. Ja? Zu lach. Von hier, ja. Polizei sind, ja, wissen und gucken. Aber passiert gar nichts. Und was ist hier, gibt es auch ein Jugendzentrum und so? Die könnten ja auch... Gibt Jugendzentrum. Die könnten ja auch was machen, oder nicht? Und die Schulen. Es gibt Jugendzentrum, normale Jugendzentrum zum, also, Kinder, zum ein bisschen Kinderlernen, ein bisschen Kindererwachsenen und sowas. Aber ich meine, ich überhaupt lasse ich nicht meinen Kindern hingehen. Ne? Ich habe viel zu viel Angst, also, zu meinen Kindern hingehen. Das ist wirklich... Jugendzentrum hat keinen Beruf mehr. Jugendgefährlich, kriminell sehr viel. Das ist ein Problem. Der Vater meint, dass dann die Straße für die Kinder immer noch besser sei, als das Jugendzentrum um die Ecke. Wir wollen das nicht glauben und bemühen uns dort um eine Drehgenehmigung. Jatah soll schon als Kind hierher gekommen sein. Doch wir erhalten keine Erlaubnis zu drehen. Ein neuer Träger hat gerade erst mit der Arbeit begonnen. Und das aufsichtsführende Jugendamt lehnt Stellungnahmen zu Jatah vor der Kamera ab. Von ehemaligen Sozialarbeitern der Einrichtung erfahren wir, dass Rattahs Einfluss hier immer größer geworden sei. Mit dicken Autos sei er vorgefahren, habe Autogrammstunden gegeben und die Jugendlichen des Stadtteils sogar in seinen Videos mitspielen lassen. In einer Art stiller Partnerschaft mit Rattah wurde vermutlich übersehen, dass seine Texte gerade bei pubertierenden Jungs ganz bestimmte Vorstellungen vom Mannsein und Sexualität wecken. Es ist Ende April und noch immer ist Rattah nicht gefasst. Gerüchte gehen um. Er sei mit seinem besten Kumpel Sami in Russland. Für die Jugendlichen war Rattah wie ein Freund. Ja, wir haben ihn oft hier gesehen. Oft hier gesehen heißt aber nicht, dass man ihn gut kennt. Also doch, wir haben ihn ja noch so öfters angesprochen. Autogramm und da ein bisschen. Ja? Ja, und die haben eigentlich meist nicht beantwortet und alles. Schau mal, sein Album. Ja. Sein Album, hast du gekauft? Ja.